Ich brauche noch hier diese Altzwecktücher, weil da hat mir ein Vogel aufgeschissen. So, kurzer Erfahrungsbericht. Also Roller läuft bis jetzt richtig gut. Ja, ich habe jetzt hier mittlerweile so viel runter, 4528,7 aufgetankt habe ich schon. Tank ist voll, mit fast 4 Litern, kann ich euch mal einblenden. Und Verbrauch, also ich komme mit einer Tankfüllung, also Tank ist jetzt voll. Der Tank ist voll und ich komme mit einer Tankfüllung ungefähr, Dauer Vollgas, so ungefähr 100 Kilometer. Oder 110 Kilometer. Ja, genau. Und den Tank selber gehen maximal auf 5,8 Liter. Gehen da rein. Ja, aber bis jetzt bin ich zufrieden. Also wie gesagt, Fahrvideo kommt auf jeden Fall noch bei dem schönen Wetter. Ja, und ich bin noch so ein bisschen auf Topcase-Suche. Ich habe ja das Topcase hier, das kleinere, dafür für den Roller. Standard China Topcase, ne, in schwarz glänzend. Habe ich mir ja ausgesucht, ne. Und, äh, ja, das passt zwar auch gut zum Roller, aber ist mir ein bisschen zu klein. Ne, wenn ich jetzt mal so überlege, ne, und mal in mich gehe. Was will man dann schon hier für den, zu diesem Preis erwarten? Ne, also, genau. Ja, was will man denn da schon erwarten zu dem Preis? Ne, deswegen, genau. Also hier so eine Wasserflasche. Hier, ne, kriege ich da nicht runter, denke ich mal. Ne, wir können ja mal gucken. Ah, doch. Obwohl sie so, ne, so passt es nun wieder nicht. Ne, da, die steht über. Ne, passt nicht ganz rein. Ne, da auch nicht. Okay, da müsste ich dann schon so da reinlegen. Ne. So ein bisschen größer wäre schon nicht schlecht. Ne. Aber dafür habe ich ja hier vorne das Fach. Das ist richtig geil. Das Fach, das ist richtig cool. Ne, und hier im Dingens unterm Sitz ist auch noch jede Menge Platz. Ne, deswegen. Deshalb hat es nur an dem Top Case so ein bisschen. Ne. Genau. Aber. Ja. Es geht. Alles gut. Ja, merkt man auch, ne. Das hier, wenn man. Ja, ist alles hier ein bisschen billig verarbeitet. Ne. Ja. Genau. Aber ansonsten. Ja. Es geht. Also ein bisschen größer wäre schon echt nicht schlecht. Ne. Ja, deswegen. Ja. Und da habe ich da auf eine Aktion auf Ebay, habe ich dann doch ein etwas Größeres in Aussicht. Ne. Ne. Kommt von Gevi. Ne. Ist ja, noch ein bisschen größer als wie das. Und ja, mal schauen. Ne. Vielleicht wird es was. Vielleicht wird es auch nichts oder so. Muss ich halt gucken. Ne. Genau. Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ne. Ne. Mal schauen. Ja. Ne. Und dann. Ja. Keine Ahnung. Kann das hier irgendjemand haben. Ne. Wenn einer will. Ne. Ne. Verschenke ich dann. Oder das andere, das ist zu groß. Ne. Das Gevi. Das ist ein bisschen zu groß. Nur für den kleinen Roller. Ne. Ne. Finde ich jetzt so. Also meine persönliche Meinung. Ne. Ne. Genau. Ist auch noch gut. Gut. Gut in Schuss. Das Topcase. Schwarz glänzend. Sieht mal jeden Krümmel drauf. Muss man fast jeden Tag putzen. Ne. Deswegen. Genau. Ne. Aber das passt so eher zum Rex Roller finde ich. Ne. Zu der. Zu den. Zu der Größe passt das. Ne. Genau. Ja. Ja. Ansonsten. Äh. Bin ich mit dem Roller zufrieden. Bis auf wie gesagt. Die Endgeschwindigkeit. Ne. Aber da wollte ich ganz gerne. Vielleicht. Äh. Vielleicht hilft das schon. So ein. Anderer Keilriemen. Vielleicht werde ich da bisschen schneller. He. Mal schauen. Ne. Genau. Ja. Ne. Ansonsten. Genau. Habe ich hier das. Äh. Neu. Neu. Eingefettet. Ne. Das Lenkkopf. Lager. Neu. Neu. Eingefettet. Mit Lager und Mehrzweckfett. Das wir. Was mir einer geschrieben hat. Geht wunderbar. Ne. Neue. Wunderbar. Handy Halterung habe ich auch montiert. Wie gesagt. Ne��. Und. Ihr habt es eben jetzt vorhin schon im Top Case gesehen. Also. Neue Rücklichtbieren. Fürs Rücklicht habe ich schon gekauft. Neu. Da. Fürs Rücklicht. Weil ich weiß ja nicht wann die da durchbrennen. Neu. Das weiß ich alles nicht. dann habe ich noch neues Öl gekauft und dann werde ich noch den Kallriemen neu kaufen und dann noch die Gewichte messen und so und dann habe ich für vorne auch noch mal hier eine neue Hauptscheinwerferbühne gekauft, alles schön auf Vorrat gekauft und die Videos dazu die kommen nach und nach. Ja alles klar liebe Leute dann würde ich sagen fahre ich mal wieder weiter muss noch einkaufen ich brauche noch hier diese Altzweck Tücher weil ja da hat mir ein Vogel aufgeschissen genau deswegen fahre ich jetzt mal weiter mit dem Roller der genau 25 fährt ja genau aber der läuft und an ist er ja der läuft ja der läuft alles klar liebe Leute dann würde ich sagen ja bis zum nächsten Video ich grüße noch meine Frau, mein Schatzi und dann würde ich sagen bis zum nächsten Video tschau Leute haut rein